1 Mittagsjournal Mit Rainer Hasiver, guten Tag. Wir haben die Pandemie überstanden. Naja, schön wäre es, wenn das dieses Mal stimmen würde, tut es natürlich nicht. Aber wirtschaftlich gesehen haben wir in Europa offenbar wirklich schon das Schlimmste hinter uns. Das sagen die neuesten Zahlen. Details dazu gleich von Roland Adrowitz aus Brüssel. Wir wurden in der Pandemie übergangen. Nein, dieser Vorwurf ist schon einige Male insbesondere von den SPÖ-Ländern gekommen. So auch dieser Tage, insbesondere heute am Tag nach dem Sommergespräch von Kanzler Kurz. Mehr dazu gleich von unseren Redakteurinnen aus unserer Innenpolitikredaktion. Und wir wollen diese Elektroroller nicht mehr. Das sagen Stadtpolitiker in Mailand und wollen eben diese Roller aus der Stadt verbannen, berichtet dann auch noch Cornelia Vospernik aus Italien. Außerdem noch illegale Zurückweisungen an der österreichischen Grenze. Da gibt es neue Fälle. Der Ibiza-Video-Initiator steht ab morgen vor Gericht. Der Staat verfolgt ihn zu streng, warnen Menschenrechtler. Und warum ein Hersteller sogenannter Totimpfstoffe, die im Laufe des Jahres wohl noch zugelassen werden, meint. Man solle sich schon jetzt gegen Corona mit den vorhandenen Impfstoffen impfen lassen, weiß Elke Ziegler aus unserer Wissenschaftsredaktion. Und der Beginnermittagsjournal gehört wie üblich der Wetterredaktion heute Andreas Mansberger. Da geht es auch heute warm durch den Nachmittag. Im Gegensatz zu den letzten Tagen ziehen aber mehr Wolkenfelder durch. Sie verdecken zeitweise die Sonne. Es fallen jedoch höchstens ein paar Regentropfen aus den Wolken. Größtenteils bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen trotz der bewölkten Phasen auf 20 bis 26 Grad. Aktuell hat es in Wien und Eisenstadt 19 Grad, St. Walten 18, Linz 19, Salzburg 21 Grad, Innsbruck und Bregenz 19, Graz 22 und Klagenfurt 20 Grad. Am Abend lockern die Wolken immer öfter auf, in der Nacht ist es dann oft klar. Und der morgige Mittwoch beginnt damit größtenteils sehr sonnig. Nur wenige Frühnebelfelder gibt es und die lichten sich rasch. Wenn es lauft, dann lauft's, hat schon Petra Kronberger, die ehemalige Skirennläuferin, gewusst. Auch AMS-Chef Johannes Kopf hat die Arbeitslosenzahlen heute auf Twitter so kommentiert. Und nicht nur in Österreich kann man aufatmen. Die Wirtschaft erholt sich nach dem Corona-bedingten Einbruch im gesamten Euroraum kräftiger als gedacht. Das belegen die neuesten Zahlen des Statistikamtes Eurostat. Das Bruttoinlandsprodukt ist im letzten Quartal im Vergleich zum ersten gestiegen. Wie sehr, weiß Roland Adrowitzer, den wir nun in Brüssel begrüßen dürfen. Guten Tag. Guten Tag. Herr Adrowitzer, bisher ist man von einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Wie sieht es denn nun tatsächlich aus? Es gibt gute Nachrichten aus Luxemburg von der Statistikbehörde. 2,2 Prozent macht das Wachstum in der gesamten Eurozone aus. Und in Österreich sind es gerade 3,6 Prozent, die die Statistikbehörde ausweist. Im Vergleich zum selben Quartal im Vorjahr, das ja schwer Pandemie gekennzeichnet war, beträgt die Steigerung 14,3 Prozent in der gesamten Eurozone. Optimismus aller Orten. Die EU-Kommission sieht für das laufende Jahr ein Wachstum von 4,8 Prozent voraus. Wirtschaftskommissar Bolo Gentiloni glaubt sogar, dass das noch höher ausfallen könnte. Er sagt, die Stimmung bei den Firmen ist gut und die Wirtschaft hat offenbar gelernt, mit den abgeschwächten Pandemie-Einschränkungen zu leben. Ist das jetzt schon eine echte Erholung? Also wie sieht denn dann auch noch der Vergleich zu vor Corona-Zeit aus? Da ist man noch nicht ganz auf dem Niveau vor der Krise. Im Vergleich zum letzten Quartal, bevor die Krise, bevor die Pandemie zugeschlagen hat, liegt man immer noch 2,5 Prozent darunter. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die da bereits weiter sind. In den Vereinigten Staaten ist das Bruttoinlassprodukt bereits um 0,8 Prozent über dem Niveau des Schlussquartals von 2019. Aber dennoch weit besser, als man geglaubt hat. Aber alles ist immer noch nicht aufgeholt, was da in diesen eineinhalb Jahren verloren gegangen ist. Dennoch eben gute Nachrichten. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die zur Erholung eben beigetragen haben? Eindeutig der private Konsum. Der private Konsum ist in diesem Zeitraum um 3,7 Prozent im Euroraum gestiegen. 3,5 Prozent in der gesamten EU, 3,7 Prozent im Euroraum. Klar, die Menschen haben das Geld, das sie in der Pandemiezeit, in den Lockdowns nicht ausgeben konnten, haben sie offensichtlich auf die Seite gelegt und sind bereit, das auch jetzt auszugeben. Der Tourismus zieht wieder an. Und das sind natürlich die Faktoren, die hauptsächlich für diesen Abschwung entscheidend sind. 2,2 Prozent, also in Europa, plus 14 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Aber minus 2,5 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. So die Europasituation. Ronald Adrowitzer in Brüssel hat sich ja gerade beschrieben. Herr Adrowitzer, wie steht denn Österreich da im europäischen Vergleich da? Sehr gut. Österreich liegt an fünfter Stelle mit diesem Wachstum von 3,6 Prozent. Die großen Volkswirtschaften sind alle schwächer. Deutschland etwa nur 1,1 Prozent. Oder Frankreich auch 1,1 Prozent. Spanien als eine der großen Volkswirtschaften mit 2,8 Prozent an. Und Österreich liegt da, wie gesagt, mit 3,6 Prozent im Spitzenfeld. Nur Irland, Portugal, Lettland und Estland liegen da vor uns. Also Österreich ist da sehr gut herausgekommen. Und auch bei der Beschäftigung. Bei der Beschäftigung hat Österreich um 1,6 Prozent zugelegt in diesem Quartal. Auch über den europäischen Schnitt. Also durchaus positive Zahlen, die da hier Österreich von der Statistikbehörde in Luxemburg bescheinigt werden. Sehr viele, wenn auch positive Zahlen zu Beginn im Mittagsjournal. Herr Adrowitzer, wie wird es denn weitergehen? Worauf muss man sich denn jetzt in der EU nun sozusagen konzentrieren? Es gibt zwei Wermutstropfen bei dem Ganzen. Das eine ist, dass immer noch die Versorgungsketten nicht ganz funktionieren. Wir wissen um diese Halbleiterprobleme. Vor allem die europäische, die deutsche, aber auch die österreichische Zulieferindustrie leidet ja schwer unter dieser Halbleiterkrise. Da ist die Europäische Union ja jetzt dran. Oder man will jetzt wieder verstärkt eine europäische Produktion aufbauen. Das geht natürlich nicht über Nacht. Und auch die Handelsketten sind ja teilweise noch unterbrochen. Die internationale Schifffahrt etwa funktioniert ja auch noch nicht so wie vor den Pandemiezeiten. Und das zweite Thema ist natürlich die Inflation. Niemand weiß, wie es mit der Inflation weitergeht. In zwei Tagen wird in Frankfurt der Generalrat der Europäischen Zentralbank zusammensitzen und über das heikle Thema Inflation beraten. Man ist für dieses Jahr bisher von einer Inflationsrate von 1,9 Prozent und für das kommende Jahr von 1,5 Prozent ausgegangen. Jetzt wissen wir, dass in den vergangenen Wochen und Monaten Inflationsraten von mehr als 3 Prozent etwa in Deutschland bereits registriert worden sind. Die Frage ist das von Dauer. Was kann man dagegen tun? Zinserhöhungen wird die Europäische Zentralbank vorläufig nicht beschließen, nicht beschließen können, weil ja die Staaten so enorm verschuldet sind, sich so enorm verschuldet haben. Vor allem Staaten wie Italien oder Spanien. Und jeder Zehntelprozentpunkt Zinserhöhung würde für diese Staaten eine enorme Belastung bedeuten. Also die Inflation ist etwas, auf das man in den kommenden Monaten wohl ein ganz besonderes Augenmerk legen muss. Wir haben nämlich die Pandemie eben noch nicht ganz überstanden. Roland Adrowitzer war das aus Brüssel. Vielen Dank. Danke. Der durch den Klimawandel notwendige Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft bringt einen großen Finanzierungsbedarf mit sich. Die Klimaschutzvorhaben der EU-Kommission belaufen sich auf etwa eine Billion Euro bis zum Jahr 2030. Und das kann die öffentliche Hand nicht alleine übernehmen. Künftig soll daher vermehrt durch sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen, Geld für Klimaschutzprojekte aufgetrieben werden. Die EU hat heute eine Art Goldstandard für diese grünen Anleihen präsentiert, wie aus Brüssel Benedikt Feichtner berichtet. Für private Anleger gibt es eine ganze Reihe an Finanzprodukten zur Auswahl, mit denen grüner oder nachhaltiger investiert werden kann. Dazu gehören auch Green Bonds, grüne Anleihen. Anleihen können von Staaten oder Unternehmen verkauft werden. Das Geld, eine Art Kredit, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgezahlt werden, inklusive Zinsen. Bei grünen Anleihen wird das Geld in nachhaltige Projekte investiert. Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn hat heute eine Art EU-Standard für grüne Anleihen vorgelegt. Diese Rahmenbedingungen für grüne Anleihen werden uns einen großen Schritt weiterbringen. Durch diesen neuen Standard rechnen wir mit Anleihen in Höhe von 250 Milliarden Euro. Die Europäische Union wäre damit der größte Anbieter von grünen Anleihen, so Hahn. Diese EU-Standards sollen verhindern, dass Geld, das für nachhaltige Projekte bestimmt ist, für etwas anderes verwendet wird. Atomkraft sei übrigens nicht förderfähig, Gas sehr wohl. Nuklearenergie ist unter Recovery and Resilience Facility nicht förderfähig. Das ist eindeutig und gibt auch in keinem der Pläne eine Möglichkeit dazu. Gas kann unter bestimmten Voraussetzungen als eine quasi Übergangstechnologie akzeptiert werden. Etwa für den Einsatz im Bereich Distant Heating. Fernwärme würde damit wohl für grüne Anleihen in Frage kommen. Einziger Wermutstropfen, der neue EU-Standard für grüne Anleihen ist nicht verpflichtend. Anlegerinnen und Anleger müssten selbst darauf achten, ob die Anleihe, die sie kaufen wollen, dem neuen EU-Anleihestandard entspricht. In den vergangenen Jahren haben auch Staaten eigene Green Bonds aufgelegt. Österreich will im kommenden Jahr zum ersten Mal selbst eine grüne Staatsanleihe begeben. Laut Finanzminister Gernot Blümel soll das gesammelte Geld etwa in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder in die Stärkung der nachhaltigen Landwirtschaft investiert werden. Und damit sind wir auch schon in Österreich. Wie stark nämlich die heimischen Unternehmen unter der Corona-Krise gelitten haben, das war und ist ja an den Konjunkturzahlen ablesbar. In fast allen Bereichen haben Lockdowns, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen und anderes eben ihre Spuren in der exportorientierten Volkswirtschaft hinterlassen. Im Zuge ihres Comeback-Plans startet die Regierung nun die Initiative Refocus Austria gemeinsam mit der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer sowie der Österreich-Werbung. Mit Hilfe von dutzenden Veranstaltungen, sozusagen rund um den Globus, wollen sie Made in Austria promoten, wie Volker Obermeier berichtet. Die Initiative Refocus Austria ist Chefsache. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Vormittag die Wege skizziert, die die Regierung für die heimischen Unternehmer einschlagen will. Oberstes Ziel müsse sein, möglichst schnell wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen. Da die Zeiten jedoch unsicher seien, weitere Pandemiewellen kommen würden, dürfe man sich nicht zurücklehnen und zu selbstsicher sein. Daher ist unser oberstes Ziel als Bundesregierung, alles zu tun, um dieses Wirtschaftswachstum zu beflügeln, um möglichst viele Menschen wieder in Arbeit zu bringen und vielleicht auf ein Niveau zu kommen, das sogar besser war als vor der Krise. Der Export nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Drei von fünf Euro erwirtschaften die Unternehmen im Ausland. Direkt und indirekt hängt jeder zweite Arbeitsplatz am Außenhandel. Dieser hat auch wieder an Dynamik zugelegt. Im Halbjahresvergleich beträgt das Plus mehr als 16 Prozent. Der Wert der exportierten Waren liegt bei gut 80 Milliarden Euro und somit knapp über dem Vorkrisenniveau. Denn Trend möchte Außenminister Alexander Schallenberg stärken. Für ihn ist Wirtschaftspolitik ein unverzichtbarer Bestandteil der Außenpolitik. Für uns als mittelgroße, offene Volkswirtschaft im Herzen Europa ist Export kein bloßes Schlagwort. Es ist die Hauptschlagader unseres Wohlstandes und sichert zehntausende Arbeitsplätze in diesem Land. In der Weltwirtschaft und der Geopolitik hätten sich in den vergangenen Monaten viele Parameter verschoben. Und weil die Konkurrenz nicht schlafe, gelte es, die Kräfte zu bündeln, die Präsenz des Standortes Österreich auszubauen. Das Signal ist, we are back in business. International weiter punkten will Österreich vor allem in den Bereichen erneuerbare Energien, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Tourismus. Die Botschaften und die Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer sollen noch enger kooperieren, sagt WKO-Vizepräsidentin Martha Schulz. Wir haben stark wachsende Märkte. Wir haben starke Impulse durch die Wiederaufbaumittel der Europäischen Union. Und wir wollen und werden diese Chancen nutzen. Je stärker wir mit der Welt vernetzt sind, desto besser sind unsere Betriebe. Je erfolgreicher wir mit unseren Produkten und Leistungen made in Austria weltweit sind, desto besser ist es für uns in ganz Österreich. Bis Juni des kommenden Jahres läuft die Kampagne Refocus Austria. Den Start bildet am Freitag eine Reise des Außenministers samt Wirtschaftsdelegation in die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien sowie Oman. Und schon morgen werden Verhandlungen zwischen der Regierung, den Ländern und Experten über die künftigen Corona-Maßnahmen stattfinden. Wobei, was da jetzt noch groß verhandelt wird, ist die Frage. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja im gestrigen ORF-Sommergespräch und auch in den von ihm lausierten Meldungen davor ja schon recht viel klargemacht. Viel zu viel, so die Kritik heute daran. Die SPÖ-Politiker in den Bundesländern fühlen sich übergangen. Und in den Bundesländern unter Führung der ÖVP gibt man sich heute immerhin zurückhaltend, wie Verena Brucher, Birgit Poyntner und Peter Daser berichten. In Kärnten zeigt man sich heute verärgert von den gestrigen Ankündigungen des Bundeskanzlers noch vor dessen Gespräch mit den Landeshauptleuten, das erst morgen folgen soll. Aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser von den Sozialdemokraten kommt folgende Stellungnahme, Zitat. Und täglich grüßt das türkise Murmeltier, dass der Bundeskanzler immer dann, wenn es kritisch wird, die Landeshauptleute zu Hilfe holt, dann aber vor dem Gespräch Maßnahmen medial bereits im Alleingang ankündigt, passiert nicht zum ersten Mal. Es zeigt jedenfalls einmal mehr, dass es ihm weniger um das Gesamtwohl der Bevölkerung und einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe, als vielmehr um die eigene mediale Inszenierung geht. Er schließe sich der Kritik von Peter Kaiser an, sagt heute der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ebenfalls von den Sozialdemokraten. Die Situation sei ernst, das würden die Entwicklungen der vergangenen Wochen deutlich machen und Hilferufe von Intensivmedizinern und Verantwortlichen im Pflegebereich zeigen. Wenn der Bundeskanzler sage, dass nicht mehr die Inzidenzen das Entscheidende seien, sondern die Belegung der Intensivstationen, dann zeige das, so der Wiener Bürgermeister gegenüber Ö1, dass ein österreichweites Maßnahmenpaket dringend notwendig sei. Im Burgenland heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil von den Sozialdemokraten heute nur, man wolle morgen die Meinung der Experten abwarten. Vorrangig sei es, einen bislang erfolgreichen Kurs im Burgenland fortzusetzen. Das sei der wichtigste Beitrag für einen sicheren Herbst. Auch in den ÖVP-geführten Bundesländern gibt man sich heute zurückhaltend nach den gestrigen Ansagen des Bundeskanzlers. In Niederösterreich und Salzburg will man die morgigen Gespräche abwarten. In Vorarlberg heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner von der Volkspartei, Zitat, Ganz entscheidend ist es in dieser Phase der Pandemie, weg von der Sieben-Tage-Inzidenz zu kommen und den Blick auf die Belegung der Intensivstationen zu richten. Vorarlberg geht diesen Weg bereits seit Beginn der Modellregion im März. Leider steuern wir aktuell auf eine Pandemie der Ungeimpften zu. Klar ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass wir geimpften Personen keine weiteren Einschränkungen aufbürden können. Vielmehr muss es das Ziel sein, die Impfquote weiter zu erhöhen. Aus Tirol kommt von Landeshauptmann Günter Platter von der Volkspartei bisher keine Stellungnahme zum Thema. Auch aus Oberösterreich und der Steiermark, die ebenfalls einen Landeshauptmann von der Volkspartei haben, will man heute Vormittag nicht sagen. Die Impfquote in Österreich muss erhöht werden, war schon Thema in unserem vorigen Bericht. Und so geht es auch weiter. Seit vielen Monaten wird in Österreich gegen Covid-19 geimpft. Und zwar in erster Linie mit diesen bekannten mRNA-Impfstoffen. Wirksamkeit und Sicherheit sind mittlerweile durch Studien eindeutig belegt. Dennoch wollen viele Menschen lieber auf traditionelle Impfstoffe mit abgetöteten Viren warten. Auch weil man diese Technologie von anderen Krankheiten wie Grippe, FSME und Hepatitis A kennt. Und auch zum Beispiel FPÖ-Kluburin Herbert Kickl wartet da, wie er jüngst meinte. Aber ausgerechnet ein Entwickler, der an einem derartigen Totimpfstoff, wie das in Fachkreisen genannt wird, arbeitet, hält das angesichts der vierten Welle für eine schlechte Idee. Er ruft dazu auf, mit dem Impfen nicht zu warten, berichtet Elke Ziegler. Beim österreichisch-französischen Pharmaunternehmen Valneva arbeitet man seit April 2020 mit abgetöteten Viren an einem Impfstoff gegen Covid-19. Dabei verwendet man das gesamte Coronavirus als Ausgangsbasis und behandelt es chemisch, damit es sich nicht mehr vermehren kann, so Valneva-Geschäftsführer Thomas Lingelbach. Sodass das Produkt abgetötete Ganzviren hat, die in ihrer äußeren Form, Geometrie und Struktur dem natürlichen Virus ident sind oder fast ident sind. Das ist auch der größte Unterschied zu den bisher zugelassenen mRNA- und Vektorimpfstoffen. Während sie das Immunsystem in erster Linie auf jenes Eiweiß des Virus sensibilisieren, mit dem der Erreger an Körperzellen andockt, zeigen Impfstoffe mit inaktivierten Viren dem Immunsystem ein detaillierteres Bild mit weiteren Proteinen. Welche Rolle, die letztendlich wirklich bei Corona spielen, also bei SARS-CoV-2 spielen, weiß man im Augenblick nicht wirklich. Aber sicherlich sind die Antikörper, die durch unseren Impfstoff generiert werden, dem einer natürlichen Infektion am ähnlichsten. Was das für den Schutz nach einer Impfung bedeutet, wird derzeit noch erforscht, auch international. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Überprüfung angemeldet, hat sich die chinesische Firma Sinovac mit einem inaktivierten Impfstoff, allerdings mit stark schwankenden Angaben zur Wirksamkeit. Valneva rechnet im Oktober mit ersten Ergebnissen aus Phase 3 der Impfstoffentwicklung. Dann soll es eine erste Zulassung in Großbritannien bis Ende des Jahres geben, in der EU dann in der ersten Hälfte 2022. Was sagt Thomas Lingelbach Menschen, die auf seinen Impfstoff warten wollen, weil sie der mRNA- und Vektortechnologie misstrauen? Zunächst sage ich Ihnen, dass bei Corona jede Impfung besser ist als keine Impfung. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir eine große Durchimpfungsrate hinbekommen, um wieder zu einer Normalität zu kommen, um letztendlich auch weitere Variantenentwicklungen zu bremsen. Und ich versuche jeden, mit dem ich rede, dazu zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Seinen Impfstoff sieht er vor allem in Richtung Auffrischungsimpfung. Wir sehen unseren Impfstoff auch durchaus langfristig. Wir sehen ihn als eine Technologieplattform, die zum Beispiel jährliche Auffrischimpfungen relativ einfach ermöglichen wird. Aber ich ermutige jeden, nicht auf diesen Impfstoff zu warten. So der Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Valneva, Thomas Lingelbach. Überraschende Ansagen also bei Elke Ziegler. Es ist mittlerweile 12.19 Uhr. Angesichts der steigenden Zahl an Schulabmeldungen fordert der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr eine Verschärfung des Gesetzes. Sie haben es vielleicht im Morgen schon mal gehört. Derzeit ist ja nur entscheidend, dass die Kinder am Ende des Jahres eine Externistenprüfung bestehen. Darüber hinaus wird eigentlich nichts kontrolliert. Bei Max Nikols aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich jetzt eine Frau gemeldet, die anonym von ihrer eigenen sehr extremen Erfahrung berichtet und deshalb auch eine Reform des Gesetzes fordert. Durch den häuslichen Unterricht sei nämlich nicht aufgefallen, dass der Vater sie und ihre 18 Geschwister misshandelt hat. Hoher Druck, harte Strafen und sehr viel Gewalt. So beschreibt Frau F. heute, Jahre später, ihren Unterricht zu Hause. Die älteren Kinder müssen die Jüngeren unterrichten. Der Vater prüft am Ende ab. Stimmt das Ergebnis nicht, schlägt er zu. Sie und ihre 18 Geschwister wurden so oft und so heftig geschlagen, das wäre in einer Schule aufgefallen, sagt Frau F. heute. Definitiv. Man hätte da nicht mehr wegschauen können. Die Gewalt war sichtbar. Die seelischen Qualen wären spätestens in Aufsätzen durchgesickert. Man hätte das Ausmaß erkennen müssen und Lehrerinnen und Lehrer hätten nicht mehr wegschauen dürfen. Wir waren einfach zu auffällig, verwahrlost und bedürftig. Einmal im Jahr treten die Kinder zu einer Externistenprüfung an. Weil der Schulerfolg da ist, dürfen sie weiter zu Hause unterrichtet werden. Obwohl die Wohnung viel zu klein ist und die Kinder keine Betten haben und auf dem Fußboden schlafen müssen. Aber das erfährt niemand. Denn Gespräche, psychologische Gutachten oder Tests für Kinder oder Eltern gibt es nicht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir mussten künstlich uns ein Jahr durchfallen lassen, überhaupt im Pflichtschulbereich, damit die Eltern das Elternrecht verlieren, ihren häuslichen Unterricht fortzusetzen. Und erst dann durften wir auch mit Unterstützung des Jugendamtes und des Gerichtes in die Schule gehen. Das heißt, die sind alle abgesprochen, durchgefallen, weil das der einzige Ausweg war? Ja. Frau F. macht die Matura, geht an die Uni, studiert Pädagogik und beschäftigt sich seither intensiv mit dem Thema häuslicher Unterricht. Der kann in gewissen Situationen förderlich sein, etwa wenn ein Jugendlicher besser zu Hause lernt als in der Schule, sagt sie. Im Pflichtschulalter aber müsse der Staat sich viel intensiver um die Kinder zu Hause kümmern, als es derzeit der Fall ist. Schließlich erspare sich der Staat auch Geld, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, sagt Frau F. Und dieses Geld müsste sehr rasch dafür aufgewendet werden, um Eltern zu unterstützen in dem Unterricht ihrer Kinder, durch Erziehungsberatung der Eltern, was brauchen die Kinder, um sich gut entwickeln zu können, um das Familiensystem, um die Motive der Eltern besser kennenzulernen und abzuwägen, ob sie entwicklungsförderlich sind für ihr Kind. Dass eine Förderung noch mehr Eltern dazu bewegen würde, ihre Kinder von der Schule abzumelden, glaubt Frau F. nicht. Eltern, die diesen Schritt gehen, seien überzeugt davon und würden es sowieso tun. Die betroffenen Kinder aber dürften trotzdem nicht aus der Gesellschaft verschwinden, sagt sie. Denn auch wenn wohl die meisten Eltern für ihre Kinder nur das Beste wollen, ihre eigene Familiengeschichte könne sich ohne Gesetzesreform irgendwo leicht unbemerkt wiederholen. Max Nichols war das über einen sehr außergewöhnlichen Fall. Und wir kommen nun zu unserer Interviewserie zur Wahl in Oberösterreich am 26. September. Und zwar kommen wir jetzt zu den Grünen. Die wollen ja wieder regieren in Oberösterreich, so wie sie das vor 2015 gemacht haben. Aber eben nach der letzten Wahl 2015 ist sich ein Bündnis nach starken ÖVP-Verlusten nicht mehr ausgegangen. Und die Grünen, damals unter Rudolf Anschober, waren eben wieder in der Opposition. Spitzenkandidat der Grünen ist erstmals Stefan Kaineder. Julia Schmuck hat mit dem 36-Jährigen heute Vormittag gesprochen. Herr Kaineder, wir schlittern gerade in eine Deltawelle. Die kritische Marke bei der Belegung der Intensivstationen in Oberösterreich ist schon vor dem Wochenende überschritten worden. Hat da Ihr Parteikollege, der Gesundheitsminister, den Sommer verschlafen? Nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Wir sehen jetzt eine Entwicklung, die nicht einfach ist, weil für die Pandemie gibt es ja mittlerweile eine Lösung. Wir können uns impfen lassen. Und für die Corona-Krise sind jetzt aus meiner Sicht drei Dinge sehr wichtig. Das Erste ist, wir müssen schauen, dass für Geimpfte das Land offen bleibt. Weil das Virus ja einen Unterschied macht zwischen geimpften Menschen und ungeimpften Menschen. Für Ungeimpfte ist es sehr viel gefährlicher, zu Veranstaltungen zu gehen, wo viele Menschen sind, als für die Geimpften. Das Zweite ist, was im Herbst noch wichtiger sein wird, ist, dass die Schulen und Kindergärten offen bleiben, auch über den Winter. Und auch da ist die Lösung eigentlich, dass sich die Erwachsenen alle, möglichst alle impfen lassen. Und das Dritte, was mir schon sehr wichtig ist zu betonen, wir haben in Oberösterreich leider eine Regierungspartei, auch in Koalition, die diese Bemühungen, die Leute zu informieren, sie zu überzeugen davon, dass sie sie impfen lassen, ständig untergräbt. Die Freiheitlichen erklären den Menschen, dass es keinen Unterschied macht, dass sie es sozusagen frei entscheiden können. Am Ende muss man aber sagen, es macht einen riesigen Unterschied. Und dieses Untergraben der Bemühungen der politisch Verantwortlichen durch die Freiheitlichen ist eigentlich ein Schaden für Oberösterreich und auch gefährlich für die Menschen, die noch nicht geimpft sind. Ihr Hauptthema im Wahlkampf ist ja der Klimaschutz. Da haben Sie zum Beispiel einen Slogan, der heißt Grünland retten. Sie sind gegen unnötigen Bodenverbrauch, haben aber gleichzeitig zum Beispiel den S10-Lückenschluss positiv bewertet, dass der gebaut werden kann. Wie passt denn das zusammen, dass Sie da jetzt mitten im Wahlkampf für Straßen sind, wenn Sie eigentlich gegen den unnötigen Bodenverbrauch sind? Na grundsätzlich muss man sagen, dass wir glauben, dass jetzt das Jahrhunderte Schienenbaus beginnen muss. Nur wir können nicht am Rücken von einem einzigen oberösterreichischen Dorf die Verkehrspolitik, die verfehlte Verkehrspolitik eigentlich der letzten 40 Jahre sozusagen wiedergutmachen. Aber so werden dann Regionalpolitiker sozusagen immer für ihre eigene Region argumentieren, dass gerade dann notwendig ist. Nein, das sehe ich anders. Man muss die Situation vor Ort schon auch mit einpreisen. Sie müssen sich vorstellen, da ist jetzt seit 40 Jahren, werden vom Norden und vom Süden das hochrangige europäische Straßennetz an ein Dorf herangebaut und jetzt brettert der gesamte europäische Transitverkehr durch ein einziges Dorf in Oberösterreich. Dass dort jetzt sozusagen die Bevölkerung noch entlastet werden muss, ist eigentlich recht logisch. Aber dass wir dann aufhören, Straßen zu bauen und die Bagger zu den richtigen Baustellen in Oberösterreich bringen müssen, das ist auch logisch. Weil was am Spiel steht, ist die Zukunft des Planeten. Wir müssen es ja schaffen, eine Wohlstandsgesellschaft klimaneutral zu machen. Dieser Auftrag ist historisch und das liegt jetzt vor uns, auch in Oberösterreich. Und dafür kämpfen wir leidenschaftlich, dass es in Zukunft in den nächsten sechs Jahren nicht wieder eine schwarz-blaue Koalition gibt, die uns wertvolle Zeit verliert, sondern dass es eine Zukunftsregierung im Landhaus gibt, die den Klimaschutz zur ersten Priorität macht. Nochmal zurück zur Bodenversiegelung. Sie haben da schon gesagt, Sie wollen die Macht der Bürgermeister bei der Flächenwidmung quasi da nicht einschränken. Wie wollen Sie dann denn die Bodenversiegelung hintanhalten? Was sind dann Ihre Konzepte? Es braucht ein strenges Raumordnungsgesetz auf Landesebene. Es gibt ja ein Gesetz, das hat nur gar keine Zähne. Schwarz-Blau hat dieses Gesetz letztes Jahr novelliert und die neue Version ist sozusagen überhaupt nicht tauglich, den Flächenverbrauch einzudämmen. Und dabei wäre es gar nicht so schwierig. In einem strengen Raumordnungsgesetz müssen eigentlich nur vier wesentliche Punkte stehen. Das erste ist, auf fruchtbarsten Böden wird nicht mehr gebaut. Dort, wo unser Essen wächst, bauen wir nicht mehr. Es wird in die Grüngürtel nicht mehr hineingewidmet. Es darf keine Supermärkte mehr auf der grünen Wiese geben. Und die Parkplätze für große Gebäude müssen unter den Gebäuden oder über den Gebäuden sein. Wenn man diese vier Grundsätze in ein Raumordnungsgesetz schreibt, dann schaffen wir es auch, den Flächenverbrauch einzudämmen. Sie streben ein Bündnis mit der ÖVP nach der Wahl an. Das gibt es ja schon im Bund. Und da tun sich die Grünen mehr als schwer, sich zum Beispiel bei Migrations- oder Fluchtfragen durchzusetzen. Wo sind denn da konkret Ihre Grenzen? Die oberösterreichische ÖVP fordert ja etwa zum Beispiel, dass man die Familienkarte des Landes an ein gewisses Deutschniveau knüpft als Voraussetzung. Wird es das mit Ihnen als Partner der ÖVP in der Landesregierung geben? Also was da gefordert wird, ist ja, dass die Kinder im Land es schwerer haben, mit ihren Freundinnen und Freunden ins Hallenbad zu gehen oder die Linzer Grottenbahn zu besuchen. Also mit diesen Vorschlägen kann ich nichts anfangen. Also das ist eine Grenze für Sie sozusagen? Am Ende ist die Frage, gibt es eine Regierung, die dieses Land in die Zukunft führt? An der möchte ich gerne arbeiten. Dafür brauchen die Grünen einen starken Auftrag am 26. September. Und wenn wir den bekommen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es ein Programm gibt, das das Land Oberösterreich im besten Fall zur internationalen Speerspitze beim Klimaschutz macht. Und dafür brennen wir und das wollen wir für das Land. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Keineder. Herzlichen Dank. Julia Schmuck hat mit dem Spitzenkandidaten der Grünen in Oberösterreich gesprochen. Gibt es an der österreichischen Grenze illegale Zurückweisungen von Asylwerbern, die man eben Pushbacks nennt, laut dem Landesverwaltungsgericht Graz? Ja, das hat nämlich Anfang Juli entschieden, dass die Zurückweisung eines 21-jährigen Marokkaners nach Slowenien im September zu Unrecht erfolgt ist. Seine Versuche, einen Asylantrag zu stellen, seien einfach ignoriert worden. Und das Gericht hat auch festgestellt, dass Pushbacks in Österreich teilweise regelrecht als Methode zur Anwendung kommen. Ein neuer Fall vom Juli dieses Jahres könnte das bestätigen, berichten Konstanze Ertel und Barbara Ganzfuß. Am 25. Juli vor wenigen Wochen kommt der Somali Armin N. über die Grenze zu Slowenien in die Steiermark. In Bad Radkarsburg beantragt der 17-Jährige Asyl. Und zwar mehrfach. Trotzdem wird er von der österreichischen Polizei nach Slowenien zurückgebracht. So berichtet es die Asylkoordination Österreich, die den Fall dokumentiert hat. Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Und was noch schwerer wiegt ist, und für ihn spricht, ist, dass er direkt im Polizeiprotokoll bei der Übergabe an die slowenischen Polizisten, in diesem Protokoll ist vermerkt, dass er verwundert ist, warum er nun in Slowenien ist, weil er doch in Österreich Asyl beantragt hatte. Das heißt, er hat das sofort zu Protokoll gegeben. Es ist dort vermerkt. Im Namen des jungen Mannes aus Somalia hat der Anwalt Clemens Larner eine Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingebracht. Denn wenn eine Person sagt, sie braucht Asyl, muss das geprüft werden. Außerdem muss die Polizei dem Betroffenen vor einer Zurückweisung die Gelegenheit geben, Gründe vorzulegen, die dagegen sprechen. Und im Rahmen dieses Gesprächs kann eine Person sagen, sie möchte Asyl beantragen. Und das findet halt regelmäßig nicht statt. Es werden keine Dolmetscher beigezogen. Es wird eine sehr rudimentäre Dokumentation angelegt und routinemäßig die Leute zurückgewiesen. Und das ist eine rechtswidrige Praxis. In einem ähnlichen Fall hat ihm das Landesverwaltungsgericht Anfang Juli recht gegeben und auch festgestellt, dass es teilweise methodische Zurückweisungen nach Slowenien gibt. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat gegen das Urteil außerordentliche Revision eingelegt. Zum aktuellen Fall heißt es, wenn jemand Asyl beantragt, wird auch ein Asylverfahren eingeleitet. Der Rechtsanwalt Clemens Lahnar bezweifelt das. Wenn sich jemand zu Fuß über den ganzen Balkan schafft, dann kann er nicht ganz auf den Kopf gefallen sein. Der muss zumindest schon mal wissen, in welche Richtung er gehen muss. Und die Leute reden ja auch miteinander. Wo kommt man weiter? Wo wird man von der Polizei in Kroatien zum Beispiel geprügelt? Und dass man dann Asyl sagen muss, wenn man einen Asylantrag stellen möchte, das ist durchaus bekannt. Aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP geht hervor, dass es zwischen Jänner und Dezember 2020 an der Grenze zu Slowenien knapp 500 Zurückweisungen gegeben hat. Die Menschenrechtssprecherin der NEOS, Stefanie Krisper, fordert den Innenminister auf, die Vorwürfe zu prüfen. In jedem Fall muss sich Innenminister Nehammer für diese Fälle mehr als interessieren, weil es hier bei jedem Pushback zu einem Verstoß gegen das absolut geltende Folterverbot geht und das unter keinen Umständen daher geduldet werden darf von unserer österreichischen Polizei. Dazu und was den aktuellen Fall betrifft, gibt es aus dem Innenministerium heute keine Stellungnahme. Zuständig sei die Landespolizeidirektion Steiermark. Morgen steht in St. Pölten Julian Hau vor Gericht, also jener Mann, der das Ibiza-Video veranlasst und so zum Ende der türkis-blauen Koalition im Jahr 2019, sagen wir mal, wesentlich beigetragen hat. Julian H. steht allerdings nicht wegen der heimlichen Aufnahmen in Ibiza vor Gericht, sondern wegen des Verdachts des Suchtgifthandels und der Urkundenfälschung in Niederösterreich. Menschenrechtsorganisationen nehmen dieses Strafverfahren aber jetzt zum Anlass für eine öffentliche Mahnung. Sie meinen, dass Julian H. von der Staatsanwaltschaft bisher zu hart verfolgt wurde. Dies könne auch andere Menschen vom Aufdecken, also vom sogenannten Whistleblowing, abschrecken. Berichter Wolfgang Wirth. In dem Prozess in St. Pölten geht es um den laut Anklageschrift erwiesenen Verkauf von einem Viertel Kilo Kokain. Die Liste der von Polizei und Anklagebehörde im Vorfeld gegen Julian H. gesetzten Maßnahmen sei angesichts des zur Debatte stehenden Delikts auffallend lang, findet Thomas Planinger vom Verein Epicenter Works, einem spendenfinanzierten Verein, der sich gegen staatliche Überwachung für Meinungsfreiheit und für Grundrechte im digitalen Raum einsetzt. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass hier wirklich mit einem enormen Mittelaufwand vorgegangen wurde gegen den Herrn Julian H., dass massive Überwachungsmethoden aufgefahren wurden von Funkzeilenauswertungen, IMSI-Catchern, es wurden Fluggastdaten beauskunftet, noch und nöcher. Und man hat hier wirklich fast jeden Stein umgedreht, um der Macher des Ibiza-Videos habhaft zu werden, wohingegen die politische Seite dieses Skandals immer noch nicht wirklich aufgearbeitet ist. Auch Manfred Nowak, Menschenrechtsexperte und Universitätsprofessor, hat sich die Akten angesehen. Nowak sieht es ähnlich. Ich glaube, von Seiten der Staatsanwaltschaft wurde sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dem Whistleblower, also Julian H., gewidmet im Vergleich zu jenem Ausmaß, in dem die Korruptionsvorwürfe gegen Herrn Strache und auch andere, die ja in dem Ibiza-Video aufgezeigt wurden. Also hier wurde weniger intensiv ermittelt und das erweckt natürlich einen eigenartigen Anschein. Und auch Amnesty International schließt sich den Bedenken von Epicenter Works und Manfred Nowak an. Immer wieder werde in letzter Zeit versucht, die Meinungs- und Pressefreiheit zu unterwandern. Zahlreiche Verfahren gegen Medien oder einzelne Journalistinnen beziehungsweise Journalisten würden angestrebt, um diese in ihrer Berichterstattung zu behindern, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung, die von rund einem Dutzend Organisationen unterstützt wird. Was also tun? Die Korruptionsstaatsanwaltschaft von Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft freistellen, schlägt Rechtsprofessor Nowak vor. Überhaupt einen weisungsfreien Bundesstaatsanwalt einrichten, fordert Epicenter Works. Und drängt weiters darauf, die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern umzusetzen. Bis Jahresende habe Österreich noch Zeit dazu. 12.35 Uhr mittlerweile. Wir schauen nach Deutschland. In Berlin ist heute zum voraussichtlich letzten Mal vor der Wahl der Deutsche Bundestag zusammengekommen. Zahlreiche Punkte stehen auf der Tagesordnung, von den neuen Corona-Regelungen zu milliardenschweren Finanzhilfen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Aber im Vordergrund steht natürlich die bevorstehende Bundestagswahl. Neben der scheidenden Bundeskanzlerin haben heute auch alle drei Kandidatinnen gesprochen, die ihr nachfolgen wollen. Und so wurde der Bundestag zur Wahlkampf-Arena, in der sich sogar die sonst so zurückhaltende Angela Merkel ungewohnt deutlich geäußert hat, wie Verena Gleitzemann aus Berlin berichtet. Weniger als drei Wochen vor der Deutschen Bundestagswahl wird Angela Merkel dann doch deutlich. Dies sei eine besondere Wahl, mahnt sie im Deutschen Bundestag. Weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Bisher hat sich Merkel nur äußerst zögerlich in den Wahlkampf eingemischt. Doch die jüngsten Umfragen schauen düster aus für ihre Partei und den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU Armin Laschet. Die SPD holt auf. Und das alarmiert selbst die Kanzlerin. Die Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt. Oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt. Eine klare Wahlempfehlung mit Seltenheitswert. Die Merkel dann auch noch mit einem Seitenheber an ihren Finanzminister, SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, garniert. Der hatte vergangene Woche in einem Impfaufruf bereits Geimpfte als Versuchskaninchen bezeichnet. Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Das war ein Witz, kontert Scholz. Nicht ohne Schadenfreude. Wenn einige nicht lachen wollen und sich darüber aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben. Er konzentriert sich in seiner Rede aber dann vor allem auf klassische SPD-Forderungen wie sichere Pensionen, leistbares Wohnen und den 12-Euro-Mindestlohn und auf seine bisher durchaus erfolgreiche Strategie, sich als logischen Nachfolger Merkels zu inszenieren. Und so nützt Scholz die Gelegenheit auch dafür, sich explizit bei Merkel zu bedanken. Wir haben zusammengehalten als ganzes Land, aber das will ich ausdrücklich dazu sagen, wir haben auch zusammengehalten als Regierung und all die notwendigen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die man unternehmen muss, damit man eine so große Herausforderung bewältigen kann. Es sei genau dieses traute Einvernehmen, das Deutschland in den letzten Jahren vor allem in Klimafragen gelähmt habe, wettert die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Wir haben es vermasselt auf gut Deutsch. Wenn die Große Koalition, wenn Sie, Herr Scholz, oder Sie, Herr Laschet, demnächst hier weiterregieren wollen, dann wird das mit den Klimaschutzzielen einfach nichts werden. Speziell mit Laschet als Bundeskanzler gerade der Klimaschutz ins Hintertreffen, pointet Baerbock. Der kontert mit detaillierten Auskünften und wohl unabsichtlichen Namensschwierigkeiten. Vielen Dank für die Zwischenfrage, Frau Baerbock. Kann aber nicht davon ablenken, dass ihn die jüngsten Umfragen in Bedrängnis bringen. V.a. er persönlich kann bei den Deutschen nicht punkten. Und so nützt Laschets seinen Auftritt im Deutschen Bundestag als Rundumschlag, v.a. gegen den auffohlenden Konkurrenten von der SPD. Mit aller Liebe, sehr verehrter Herr Scholz, man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Das passt einfach nicht zusammen. Matis Wahlempfehlung kann Laschet mehr ausbrauchen. Das steht fest. Und so revanchiert er sich dann am Ende seiner Rede bei der Kanzlerin auch für die freundlichen Worte. Mit einer ebenso freundlichen Würdigung, die gleichzeitig eine Erinnerung ist. Sie hat dieses Land gut durch viele Krisen geführt und all ihre Schwarzmalerei hat wenig mit dem zu tun, was in diesen 16 Jahren geleistet worden ist. So, also, es ging ziemlich hoch her im Deutschen Bundestag nicht. Weil in den letzten Umfragen in Deutschland liegt ja eben die SPD vorne. Auch in der Kanzlerfrage liegt Olaf Scholz vor seinen Konkurrenten. Und er hat in den letzten Wochen sozusagen noch mehr Rückenwind gehabt. Der ehemalige deutsche Außenminister und frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel führt das auch auf Fehler eben seiner Gegner zurück. Gabriel ist auf Einladung des Landes Niederösterreich in Österreich. Veronika Fielitz hat ihn getroffen. Was spricht denn für Olaf Scholz außer die Schwäche seiner Gegner? Das ist ja schon eine ganze Menge. Was sollen Bürgerinnen und Bürger anderes machen, als sich das angebotene Personal anschauen und dann sagen, wen sie für den geeigneteren halten? Und da ist es eben so, dass Herr Laschet von der CDU, CSU und Frau Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen doch gigantische Fehler gemacht haben. Und davon profitiert Olaf Scholz, der keine gemacht hat. Jetzt hat man ein bisschen den Eindruck, in der aktuellen Regierung unter Angela Merkel nimmt Herr Scholz ein bisschen die Rolle des Stadthalters ein. Er ist besonders ruhig, seriös. Aber reicht das schon für eine Kanzlerschaft? Ja, das ist schon mal eine ganze Menge. Wir kennen ja auch Politikerinnen und Politiker, die als Gegenteil sind nicht seriös und nicht ruhig. Sie in Österreich haben ja mit solchen Leuten auch Erfahrung. Und das ist ja auch ein ganz gutes Zeichen, dass das von Wählerinnen und Wählern gewertschätzt wird. Ehrlich gesagt ist es aber das Normalste der Welt, dass ein Mitglied der Bundesregierung sinnvollerweise weiß, was er tut, das verlässlich macht und nicht erratisch durch die Weltgeschichte rennt. Ist ja vielleicht erst mal was ganz Normales. Vor zwei Jahren, als es um den SPD-Vorsitz ging, da hat sich Olaf Scholz ja auch beworben geworden. Sind es aber zwei andere. Warum hat es damals nicht gereicht? Das müssen Sie die fragen, die damals diesen Abstimmungsprozess eingeleitet haben. Immerhin haben mehr als die Hälfte der Mitglieder gar nicht teilgenommen. Das ist vielleicht einer der Gründe für den interessanten Ausgang, wenn man es mal so formulieren will. Wenn wir jetzt so ein bisschen in Richtung mögliche Koalitionen blicken, nach den Bundestagswahlen, Beobachter sagen auch, die größte Schwäche von Olaf Scholz ist sein Herumeiern in der Frage, ob es eine mögliche Koalition mit der Linken geben könnte. Wofür steht denn da die SPD derzeit? Es gibt eine alte Lehre in der Politik und das heißt mathematische Mehrheiten sind noch keine politischen. Und am Ende geht es bei Koalitionen um politische Mehrheiten und nicht darum, ob man ein Rechenbeispiel durchhalten kann. Und ich glaube, dass sich inhaltlich Olaf Scholz und die SPD sehr einheitlich und klar positioniert haben. Ich kann nicht erkennen, dass daraus jetzt irgendwie so eine rote Sockenkampagne wird, wo man ihm vorwirft, er würde die Linkspartei in die Regierung holen. Ich halte das für einen Vorwurf, den auch in Deutschland niemand mehr erreicht. Aber wenn Sie es ansprechen, die roten Socken, das hat ja lange als tabu in Deutschland gegolten, eben eine links-links-grüne Regierung, auch weil die Christdemokraten dafür gesorgt haben, dass sich Deutschland irgendwie davor fürchtet. Wie bedrohlich ist so eine links-links-grüne Regierung heute noch? Ja, offensichtlich jedenfalls ist es eher so, dass der CDU die Wähler weglaufen und scheinbar rennen sie zur SPD und zur FDP sicher auch zum Teil. Insofern beschäftigt sich der Wahlkampf in Deutschland nicht mit solchen Fragen, sondern Menschen suchen nach Orientierung. Und wenn sie die bei der CDU und bei den Grünen nicht finden, dann gibt es zwei andere Parteien, die offensichtlich davon profitieren, dass die SPD und die FDP alles andere sind Debatten, die Medien gerne führen und politische Spin-Doktoren. Scheinbar überzeugt es die Bevölkerung nicht. Wie könnte denn ein Wahlausgang aus Ihrer Sicht ausschauen und dann folglich eine mögliche Koalition? Meine Vermutung ist, dass es auf eine Ampelkoalition und der Führung der SPD hinausläuft. Aber das sind alles Spielchen, die Politiker und Journalisten gerne treiben. Wir bleiben noch kurz in Deutschland. Dort ist nämlich der reguläre Bahnbetrieb wieder angelaufen. Die Lokführerinnen und Lokführer haben in der Nacht ihre dritte Streikrunde beendet. In Einzelfällen kann es laut der Deutschen Bahn noch zu Unregelmäßigkeiten kommen. Auch die ÖBB fahren heute im Großen und Ganzen wieder nach Plan, berichtet Verena-Sophie-Meyer. Alle Züge der ÖBB, die vom Streik in Deutschland betroffen waren, sind wieder planmäßig unterwegs, sagt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder. Wir können alle Verbindungen von Österreich nach Deutschland, aber auch nach Holland und nach Belgien wieder anbieten. Die Züge sind heute auch planmäßig von Deutschland schon wieder unterwegs. Also auch hier gibt es keinerlei Einschränkungen. Ab dem Abend werden auch die Nightjets wieder nach Plan fahren. Mehr als fünf Tage hat der Streik der deutschen Lokführer-Gewerkschaft GDL gedauert. 70 Prozent der Fernzüge und 60 Prozent der Regionalzüge sind ausgefallen. Millionen Menschen mussten auf Auto oder Flugzeug umsteigen. Ja, weil wir ja alle drunter leiden. Also der Streik ist zu lang. Ich finde es in Ordnung, dass die für einen fairen Lohn streiken. Das liegt dann eher am Konzern, wenn die nicht ordentlich bezahlen. Finde ich sehr enttäuschend, dass es auf den Kunden auf jeden Fall ausgetragen wird. Das finde ich irgendwie nicht richtig. Die Bahn und die Gewerkschaft wollen heute beide Bilanz ziehen. Eine Einigung im Tarifstreit war zuletzt nicht in Sicht. Es geht um mehr Lohn, eine Corona-Prämie und für wen der Vertrag dann gilt. Für GDL-Chef Klaus Weselski ist das der Knackpunkt. Die Bahn will den Geltungsbereich unseres Tarifvertrages auf Lokführer, Zugrückleiter beschränken, obwohl wir als Mitglieder Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter haben. Dass Weselski seinen Einfluss unter Bahnbeschäftigten vergrößern will, hat ihm auch Kritik vom Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds eingebracht. Aber Weselski gibt sich hartnäckig. Nach dem Streik ist vor dem Streik, sagt er. Gleich 12.45 Uhr, ein kurzer Programmhinweis. Das Journal Panorama erinnert heute an einen Tag, an dem sich die Welt veränderte, nämlich an den 11. September 2001. Vier koordinierte Flugzeugentführungen, Anschläge gegen das Pentagon in Washington und gegen das World Trade Center in New York. Tausende Tote und eine erschütterte Nation. 20 Jahre ist das nun her. Heute sind die USA mit anderem beschäftigt. Die USA sind heute weitgehend gespalten. Die Gründe dafür liegen nicht in der Aussenpolitik oder der Frage, ob wir in Afghanistan sein sollten. Es sind innenpolitische Gründe. Es scheint, als ob der lange Schatten der Anschläge von 9-11 in den letzten 20 Jahren langsam schwächer geworden ist. Die Kriege beenden und sich um eigene Probleme kümmern. Diese Einstellung überwiegt. 9-11 hat gezeigt, sie sind angreifbar. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist in den Hintergrund getreten und im Vordergrund liegt vielmehr, womit müssen wir uns eigentlich in unserem Land auseinandersetzen. Journal Panorama, wie immer ab 18.25 Uhr, eben gleich nach dem Abendjournal. Die norditalienische Stadt Mailand will diese Elektroroller loswerden. Das Problem kennen viele, nicht nur in Mailand. Diese Roller stehen überall im Weg herum, sind ein Hindernis auf Radwegen, sind zu langsam im Startverkehr, aber für so manchen Lenker auch wieder zu schnell, insbesondere wenn es geregnet hat. Alles in allem also ein unheimliches Ärgernis, auch wenn es offenbar recht viele für ein komfortables Verkehrsmittel halten. In Mailand jedenfalls hält die Stadtpolitik nichts davon. Die Stadt hat dem Parlament einen Vorschlag für ein nationales Gesetz vorgelegt, das die Verwendung dieser Roller einheitlich und klar regeln, in Wahrheit aber endlich verbannen soll, wie Cornelia Wospanik aus Italien berichtet. Er war der fünfte Tote in nur acht Monaten am Stadtrand von Mailand, ist Ende August ein 13-jähriger Bub so schwer gestürzt, dass man im Krankenhaus nichts mehr für ihn tun konnte. Nicht immer enden Unfälle so dramatisch, aber in Mailand sind sie Alltag. Mehr als 600 Unfälle mit Elektrorollern zählt man seit Juni vergangenen Jahres. Es reicht, meint die Regionalregierung, die den Wildwuchs nun geregelt sehen will. Man brauche ein nationales Gesetz, so könne es nicht weitergehen. Sagt Riccardo de Corato in der Regionalregierung der Lombardei, zuständig für Sicherheit. Eigentlich sollte man auf dem Roller einen Helm tragen, wenn man unter 14 ist, eigentlich nur allein darauf unterwegs sein, eigentlich nicht auf dem Gehsteig fahren, aber eigentlich hält sich niemand an irgendetwas davon. Der Vorschlag der Lombardei ist daher weitreichend. Zu allererst einmal brauchen wir die Helmpflicht. Dann wollen wir die Versicherungspflicht. Dann müssen wir uns ansehen, ob die Elektroroller nicht auch eine Nummerntafel haben sollen. Und dann wollen wir etwas, das die Straßenverkehrsordnung vorsieht, verschärft sehen. Strafen für das Fahren auf Gehsteigen. Wobei man, um all das zu sehen, nicht nach Mailand fahren muss. Auch in Rom haben die Elektroroller die Fußgängerzonen, Straßen und Gehsteige erobert. 16.000 davon gibt es in Italiens Hauptstadt. Schrecklich, meint er. Gianni Pitella ist Abgeordneter im Senat und hat seinen eigenen Gesetzesvorschlag eingebracht. Ein Tempolimit von 6 km pro Stunde in Fußgängerzonen sieht der vor. Generell sollen die Roller nicht schneller als 12 km pro Stunde fahren und nach Gebrauch nicht einfach so irgendwo liegen gelassen bleiben. Und natürlich sollten sie versichert sein. Auch die Sharing-Roller müssen versichert werden. Bei Verstößen sehen wir Strafen von 500 bis 3000 Euro vor und ein Fahrverbot für 60 Tage. Schon jetzt reagieren einzelne Gemeinden mit ihren eigenen Regelungen. In Palermo werden gerade Unterschriften dafür gesammelt, die Roller überhaupt aus der Fußgängerzone zu verbannen. Mit der unbeschwerten Mobilität, die die Roller versprechen, könnte es in Italien womöglich bald vorbei sein. 6 km pro Stunde, mit Helm und versichert. Da geht man in der Fußgängerzone vielleicht wirklich lieber zu Fuß. Also weg mit diesen E-Rollern. Italien versucht es einmal, Cornelia Wosmanekertz berichtet. Noch ein kurzer Hinweis. Frauen in der Politik und der Bild in der Öffentlichkeit. Das ist heute Themenpunkt 1, gleich nach dem Mittagsjournal. Gäste bei Xaver Fortuber sind Gundula Ludwig, Universitätsprofessorin, und Birgit Sauer, ebenfalls Universitätsprofessorin. Zeitgenössische Kunst in einer früheren Frauenklinik. Die Parallel Vienna macht das möglich und bespielt von heute bis kommenden Sonntag zwei Häuser der 2019 aufgelassenen Semmelweißklinik in Wien-Währing. Als Satellitenmesse konzipiert, die der heimischen Kunstszene eine Plattform bieten möchte, hätte sie den heuer ausgebrochenen Konkurrenzkampf zwischen der arrivierten Vienna Contemporary und der neu hinzugekommenen Spark, Art Fair, als lachende Dritter beobachten können, hat sie aber nicht. Warum nicht, erklärt Wolfgang Popp. Das Hindertsschild zum Kreißsaal, die große Leuchte im ehemaligen OP, die Waschbecken in den früheren Krankenzimmern. Die Parallel Vienna hat der Semmelweißklinik ihre Geschichte und Atmosphäre belassen. Die Kunst spielt mit dir und um sie herum. Der Namensgeber war natürlich der große Pionier der Hygienemedizin. Der aber auch eine traurige Biografie hat. Vielleicht gibt es da auch Analogien zu den verkannten Künstlern, Künstlerinnen, Genie. Und es ist natürlich für viele Wiener die Gebotstätte. Sagt der künstlerische Leiter der Parallel Vienna, Stefan Biedner. Neben den Galerien haben auf der Messe auch einzelne Künstler oder Kuratoren ihre Auftritte. Klassen der Angewandten, der Akademie und der Kunstuni Linz haben eigene Räume. Ganz Europa ist vertreten bis hin nach Ukraine, Russland, Georgien, bis übersehe den Staaten. Also es sind ja überall Künstler und Künstlerinnen von dort, die hier eben leben und arbeiten. Die Chinesin Marzia hat an der Fassade Säulen der Erinnerung aufgestellt. Die Wienerin Sophie Tworschak dekonstruiert Landkarten. Die Mexikanerin Guattalupe Altrete fragt, wie viel Geburtserfahrung im Körpergedächtnis gespeichert ist. Und Olivia Altmann beschäftigt sich mit der Frage nach Normalität. Ihren Raum hat sie mit verzerrender Spiegelfolie beklebt. Dazu laufen Videos, die sich mit psychischen Ausnahmezuständen beschäftigen. Grenzwertig ist auch die Situation, in der sich die Parallel Vienna derzeit befindet. Gegründet wurde sie 2013 eigentlich mit dem Plan, die Synergien einer starken internationalen Kunstmesse wie der damaligen Vienna Contemporary auszunutzen. Internationale Sammler, Kuratoren und Galeristen, die wegen der großen Mainstream-Messe nach Wien gekommen waren, sollten in interessanten, weil für eine Messe ungewöhnlichen Gebäuden, auch die Möglichkeit haben, die junge oder noch nicht so arrivierte heimische Kunstszene kennenzulernen. Mit der heuer geschehenen Abspaltung der Sparkart-Fair von der Vienna Contemporary haben sich die Verhältnisse aber auf ungesunde Weise umgekehrt. Da muss es Gespräche geben, weil ansonsten das ein bisschen sehr skurril ist, wenn jetzt die Satellitenmesse die größte Messe wird und die einst größte Messe dann eine kleine Parallel. Dass die Parallel Vienna gewachsen ist und mittlerweile 10.000 Quadratmeter bespielt, ist ein schöner Erfolg. Nur fährt der teilweise ins Leere, wenn als Zugpferd eben eine starke und vor allem parallel stattfindende Großmesse fehlt, die das internationale Publikum nach Wien lockt. Stefan Biedner. Das ist sicher die Zukunft, dass man jetzt eine mal wichtige Messe bringt und dann können wir unseren Namen wieder sozusagen an aller Ehre machen, dass es eine Parallel Vienna ist. Neue Ideen müssen da dringend geboren werden. Da passt es ja nicht schlecht, dass bei der von heute bis Sonntag laufenden Parallel Vienna die Kunst im Kreißsaal liegt. Und nun jetzt noch zu den Nachrichten, zuerst zu Paul Brennan. Vielen Dank, Rainer, und gut afternoon. Die Taliban haben erklärt die Verteidigung über die Provinz von Panjshir, die finalen Pocken des Territory, die bleibt außerhalb der Ruhe. A Taliban leader called on residents not to flee, aber zu bleiben in ihren Häusern, claiming sie würden nicht geholfen. Das Mann von Panjshir sagt er und seine Familie haben verletzt, weil sie waren terrified. Sie sind literally runding up Menschen. Mein Mann sagt mir, ich will die letzten Bullets für mich und die letzten Bullets für meine Daughters, because I don't want them to become sex slaves for the Taliban. The United States says it has successfully evacuated four of its citizens overland from Afghanistan to an unspecified country. The US State Department says the Taliban were aware of the operation, but didn't obstruct it. It's believed around 100 Americans who want to leave remain in Afghanistan. Speaking in Doha, the US Secretary of State, Antony Blinken, said the Taliban had assured him that they will allow people to leave the country. They've said that they will let people with travel documents freely depart. We will hold them to that. So will dozens of other countries. The international community is watching to see if the Taliban will live up to their commitments. Brazil's President Jair Bolsonaro has signed a decree aimed at restricting the powers of social media companies to remove accounts and content. He said the new legislation would help protect freedom of speech. Throughout the coronavirus pandemic, Twitter and Facebook have removed many posts shared by the president and his supporters that were deemed misleading. El Salvador has become the first country in the world to recognize the cryptocurrency Bitcoin as legal tender. Under a new law, businesses are obliged to accept Bitcoin as payment from today, alongside the US dollar, the country's other official currency. President Nayib Bukele says the move will fuel El Salvador's economy, but polls suggest many citizens are opposed to Bitcoin, in part because the currency can fluctuate wildly in value. The strike at Deutsche Bahn ended early this morning, with trains in Germany and from Austria returning to a regular timetable. The union of German locomotive drivers has been demanding higher wages and better working conditions for its members. Talks are continuing. The French actor Jean-Paul Balmondo has died at his home in Paris. He was 88. Balmondo was considered the cool rebel of the new wave of French cinema in the 1960s. The French writer and broadcaster Agnès Parier says Balmondo was a national icon. He was so French in the sense that if you look at him, he's not beautiful at all and yet he had this charisma. He was very much his own man and he was adored by the French public. The weather, a mix of sun and clear with the odd rain shower possible, especially in the southeast. Top temperatures are ranging from 20 to 26. And now for the news in German with Julia Wurzinger. Vielen Dank. Polen drohen wegen der umstrittenen Justizreform Finanzsanktionen der EU. Die EU-Kommission hat ein gerichtliches Bußgeld gegen Polen beantragt. Nun muss der Europäische Gerichtshof entscheiden. Hintergrund ist die Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richterinnen und Richtern in Polen. Mit ihr verstößt Polen gegen europäisches Recht, urteilte der EuGH Mitte Juli. Die Wirtschaft im Euroraum hat sich im Frühling rascher von der Corona-Krise erholt als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt BIP ist von April bis Juni um 2,2 Prozent gestiegen, wie Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat zeigen. Bisher sind Schätzungen von 2 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Frühjahr 2020, dem Beginn der Corona-Krise, ist das BIP in der Eurozone um 14,3 Prozent gestiegen. Aus SPÖ-geführten Bundesländern kommt Kritik am Vorstoß von Bundeskanzler Kurz vor den morgigen Corona-Beratungen mit den Ländern. Kurz entwerte mit seiner, Zitat, medialen Inszenierung die Ansicht der Landeshauptleute und Experten, so Kärntens Landeshauptmann Kaiser gegenüber Ö1. Der Kritik schließt sich Wiens Bürgermeister Ludwig SPÖ an. Im Burgenland will man die Meinungen der Expertinnen und Experten abwarten. Vizekanzler Kogler von den Grünen sagt heute, ÖVP und Grüne stimmen bei den Corona-Maßnahmen überein. Kurz sagte gestern, es werde keinen Lockdown für Geimpfte geben. Zudem soll der Fokus auf der Spitalsbelegung liegen. Die afghanische Botschafterin in Wien, Manisha Bachtari, ruft Regierungen weltweit auf, das Regime der radikal-islamischen Taliban nicht anzuerkennen. Das seien Terroristen, sagte Bachtari in der Kronenzeitung. Bachtari ist auch dagegen, straffällig gewordene Asylwerber nach Afghanistan abzuschieben. In Kabul haben heute indes hunderte Menschen gegen die Taliban protestiert. China weist die Warnungen des Militärbündnisses NATO, wonach China neue Atomraketensilos baue, zurück. China wehre sich dagegen, dass die NATO die atomare Bedrohung durch China hochspiele, heißt es aus Peking. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben syrische Geheimdienste in Syrien zurückgekehrte Flüchtlinge inhaftiert, gefoltert und verschwinden lassen. Ein Bericht zeigt, Zitat, schwerste Menschenrechtsverletzungen an 66 Rückkehrern, darunter 13 Kinder. Der Bericht zeigt das Vorgehen gegen Flüchtlinge, die aus Deutschland, Frankreich, der Türkei, Jordanien und dem Libanon zurückgekehrt sind. In der Türkei und Nordzypern werden 214 mutmaßliche Mitglieder der Gülen-Bewegung festgenommen. Darunter sind aktive und ehemalige Soldaten sowie ehemalige Militärschüler. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für einen Putsch im Jahr 2016 verantwortlich. Danke, Julia Wötzinger. Und die Wettaussichten hat jetzt noch Andreas Mansberger für Sie. Vorübergehend gibt es heute zur Sonne einige Wolkenfelder. Damit ist morgen aber wieder vorbei. Bereits am Abend werden die Wolken weniger und der morgige Mittwoch beginnt schon größtenteils strahlend sonnig. Etwaige Frühnebelfelder lichten sich rasch. Und noch am Vormittag legt Südostwind zu. Er erreicht im Bergland und im Osten Spitzen von etwa 50 Kilometer pro Stunde. In einigen Regionen wird es also föhnig. Das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus. Sie steigen morgen am Nachmittag auf 22 bis 27 Grad, stellenweise in den Föhnstrichen sogar auf 28 oder 29 Grad. Auch der Donnerstag bringt einiges an Sonne. Von Vorarlberg bis zu den Hohentauern sind aber auch ein paar Wolken mit dabei. Und speziell ab dem mittleren Nachmittag kann hier der eine oder andere Regenschauer entstehen. Der Südostwind frischt nur noch im östlichen Niederösterreich, in Wien und im Nordburgenland kräftig auf. Sonst lässt er deutlich nach. Es bleibt warm bei Höchstwerten von 22 bis 28 Grad. Zum Wochenende hin wird es allmählich gewittrig. Am meisten Sonne gibt es im Osten und Süden. Damit ist das Mittagsjournal heute auch schon wieder zu Ende. Gerald, Tomian, Technik, Helene Seelmann, Regie und alle anderen Beteiligten bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit.